Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Episode Windborn mit von Yumi. Hallo! So, wir befinden uns jetzt in der Welt Material 2. Wir nutzen diese Welt zum Abbauen. Windborn hat einen neuen Patch gebrannt und momentan kommt Yumi nicht auf den Wohnort-Server drauf. Das passiert wohl anscheinend öfter da bei mehreren Leuten. Ich kann auf ihre Server connecten, sie auf meine nicht. Und Wohnort habe ich ja momentan auf der Liste. Wir suchen also hier nach Stein. Also wir brauchen viel Marble für Highborn-Sachen. Das ist hier perfekt auf der Insel. Das ist dieser Marmorstein hier oben aufhalb des Berges. Und hier sind Schriftrollen. Was machst du denn da oben? Ich habe hier eine Kiste gefunden. Ich bewundere gerade noch meinen kleinen Drachen und die ganzen Schafe, die hier rumfliegen. Denn jetzt kann ich die auch sehen dafür, dass es mein Server ist. Yes! Ich habe eine Kiste aber schon mal gefunden. Und in der Schriftrolle war drin ein Briefkasten. Braucht man immer auf einer Insel, wo sonst keiner wohnt. So, das Problem ist ja jetzt, da die gute Jumi-Mama kurz alleine gespielt haben, um in den Patch zu gucken, hatte sie natürlich mich nicht dabei, der ihr sagt, dass sie immer speichern muss, bevor sie ausloggt. Deswegen ist ihr Charakter wieder gelöscht. Heißt nicht nur, dass sie das Tutorial neu machen muss und die Quest neu anfangen musste. Nein, alles, was du gelernt hast, ist weg. Nur damit du das weißt. Ja, mach mir doch Vorwürfe. Immer speichern beim Rausgehen. So, wir gehen abbauen und suchen. Wir müssen mindestens insgesamt, glaube ich, drei Kisten auf der Welt finden können. Und ansonsten viel Marble mitnehmen. Wir fangen mit Highborn-Sachen einfach mal. Ich habe noch eine Kiste gefunden. Und da haben wir Runestone-Pavements. Ups, ich sage mal Granit, das ist, äh, nee. Das ist ein Marble, das ist in dieser Felsen überall. Ich wollte gerade sagen, das sind die Felsen, ne? Dann sieht das immer wieder alles so hässlich aus. Oh, Mann, Mann. Wie, was sieht hässlich aus? Ja, aber die Erde heißt doch nur Material 2. Ja, na gut. Ist ja nicht die, die lebt Welt. Das wird hinterher eh alles sich auf eine Welt beschränken, wenn die Welten auch größer sein könnten. Und dann ist ja immer noch alles auf Small begrenzt. Ich gucke mal, ob wir noch eine Kiste in der Wüste haben. Ich glaube, es gibt bis jetzt drei Biome nur. Ja, Wald, Wüste, Wiese, ne? Und, könnte das Spiel bei mir abgestürzt sein, Leute? Was denkt ihr? Ja. Da sind wir wieder zurück. Der gute Dado hat sich verabschiedet. Puh. Ja, der neue Patch hat alles soweit erst mal kaputt gemacht wieder. Du weißt, Alpha, Early Access und so weiter und so fort. Ich glaube, in dem Patch noch stand etwas, wie das ich jetzt auch die Tiere sehen soll, was schon mal gelogen ist. Hm. Also hier fliegen überall Schafe rum. Ne, warte, doch, ja, da hinten sind sie und... Ja, die siehst du sowieso immer, also, wenn du das Spiel spielst. Wo ist er denn? Ach, da. Ich gehe jetzt zur Wüste. So, Gott sagen, abbauen hier, ne? Keine Müdigkeit vorschützen, schützen, wie auch immer. Versuch die letzte Kiste. Wie gesagt, Drache fängt jetzt ein bisschen an zu nerven irgendwie. Ich verstehe, was du meinst. Also der Drache fliegt doch nur am Anfang rum. Oder folgt er dir? Also mir folgt er manchmal. Warte, eben ist er mir noch gefolgt und da hatte ich die ganze Zeit dieses... Ja, doch, der folgt mir. Oder? Oder auch nicht? Ich glaube, der kann sich einfach selber noch nicht so ganz entscheiden. Wolltest du nicht Sachen abbauen? Ach, ne, Kiste, ne? Stimmt. Such die Kiste. Kannst du da gerne suchen. Hast du noch eine gefunden? Ne, ich bin hier... Ich buddle mich hier in so einen Felsen rein. Sieht auch ganz nett aus. Könnte man auch ein Haus draus machen, finde ich. Also, Marble oder wieder Granit? Äh, Marble? Ja. Selbstverständlich. Oh, jetzt bin ich durch. Kommst du denn darauf, dass ich irgendwas anderes abbauen könnte? Also wirklich? Wenn du dich durch den Felsen abbauen kannst, Marble ist ja nur dieses... ...kleine Felsen da, die oben drauf sind. Dann buddlest du ja dich nicht durch. Natürlich. Ich hab mich hier gerade durchgebuddelt. Das war ein recht großer Felsen. Musst du herkommen, musst du gucken, wenn du mir nicht glaubst. Doch, doch. Ich suche aber immer noch die Desert-Kiste. Die hab ich noch nicht gefunden. Ist bei dir auch nochmal Wüste oder sowas? Weil das Wüstengebiet, wo ich bin, ist relativ klein. Das kann nicht alles sein. Ich sehe gerade spontan nur Wald und Wiese. Ich guck mal hier über den Rand. Wenn, geh mal in den dunklen Wald. Also diesen runenverzierten Wald. Das ist etwas dichtere. Und guck mal, ob du da so einen Schrein findest. So einen, wie hier vorne schon steht? Mhm, so eine kleine weiße Kugel. Ach, so ein Ding. Okay. Ähm, in den dunkleren Wald. Also das hier ist die Wüste, wo du gerade bist. Was ist denn der? Ach, da hinten. Ah. Ganz schön hügelig hier. Was hab ich denn da eingezupft vorhin? Oh Mann. Bin auch schon da jetzt bei dir. In der Wüste hab ich jetzt keine Kiste gefunden. Ja, dafür ist der Wald relativ groß. Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt so einen Schrein gibt. Bis jetzt find ich immer nur Wüstenschrein und normaler Wald. Nein. Aha, du bist schon im Wald, sagst du? Ja, ja, kannst dich zu mir probieren. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin hier nämlich gerade elegant runtergefallen. Ah, ich hab noch eine Kiste gefunden. Ne, die hatten wir. Also, die Kiste ist leer, aber dann kann das nicht... Oder genau danach wurde nicht mehr gespeichert, dass ich den Inhalt der Kiste noch bekommen hab und danach, äh, rausgeflogen bin. Suchen wir mal. Jetzt hab ich jetzt noch eine Kiste gefunden. Ach du Scheiße, ich hab wieder einen Grafikpack gekriegt. Das gibt's doch nicht! Was für einen diesmal? Ähm, der gleiche wie beim letzten Mal, wo ich dann irgendwann rausgeflogen bin. Von wegen beim Abbauen sieht's alles ein bisschen unschön aus. Aber ich laufe trotzdem rum und suche. Leckt nur grad ein bisschen bei mir, aber das kann ja auch mal wieder andere Gründe haben. Das Einzige, was wohl gefixt wurde, sind, es gibt keine unsichtbaren Blöcke mehr. Für jeden, also für den anderen. Ja, das ist ja schon mal was. Ja, aber wir müssen mal schauen, dass wir hier nochmal auf ein Update warten. Ist natürlich jetzt so wieder ein bisschen blöd. Auch, wir können jetzt ja überhaupt nicht weiterbauen. Ich hab noch eine Kiste gefunden. Oh, ich hab diese kleinen, ähm, Heinis gefunden. Wie heissen die? Oh. Pruba. Ne, wer ist die? Ja, ich weiß, welche du meinst, aber... Diese kleinen Kerlchen hier, die auch vorne auf dem Cover sind, sozusagen. Sind, gibt ja nur die beiden bis jetzt. Echt? Oh, ich dachte, hier laufen noch mehr rum. Und den Drachen. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar feine Sachen in der Welt hier gefunden. Ach, ich bin rausgeflogen. Jetzt echt? Ja. Und noch ein Cut. So, da sind wir auch wieder zurück. Wie gesagt, also wenn jetzt... Wenn das jetzt noch ein bisschen dauern sollte, bis die das irgendwie gepatcht haben sollten, dann müssen wir auch leider warten. Können wir ja nix machen. Bisschen Optimismus. Jetzt hast du gar nicht geguckt, dass ich mich hier wirklich durch einen Felsen durchgebullt hab. Ja, es kann sein, dass du irgendwie anders abbaut mittlerweile. Bei mir baut sich die Welt ab und ich reiß keinen Block mehr aus der Welt raus. Reißt du Blöcke aus der Welt oder formst du die Welt? Nein, ich hab Blöcke rausgerissen. Guck mal, das kann ich nicht. Pass auf. Doch, hier, ja. Aber guck mal hier. Geil, warte. Ja, jetzt geht's. Als wenn ich Caps anhatte oder so. Ich hab diese Welt abgeformt. Abgeformt. Das sieht wirklich nicht ganz so scheiße aus. Warte, warte, warte. Jetzt mach nochmal. Oh. Ich baue die Welt so ab. Ohne dass sie... Naja, sie sieht auch ein bisschen schöner aus, ne? Also... Hättest du irgendwas gedrückt hier? Irgendwie? Shift-Steuerung oder sowas? Genau, ich hatte Schiff dabei noch. Hat's... Ach ja, stimmt ja. Weil ich mal wieder nicht aufgepasst hab. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja kapiert, ne? Ich find's, sowas ist aber auch das Schlimmste. Ich find's sehr, sehr schade, dass das nicht auf dem Rechner gespeichert wird, sondern anscheinend irgendwo online oder so. Ja, das ist ja mittlerweile bei allem so, ne? Also, bei fast allem. Ja, bei allem, wo du gegeneinander spielen kannst, damit du die Daten nicht ändern kannst, das ist schon korrekt. Aber in dem Spiel wär's jetzt nicht so schlimm, wenn ich das könnte. Ja, stimmt. So. Mittlerweile passiert mir's auch dauernd, dass ich irgendwie gerade so lang genug festhalte und der schon fast abgebaut ist und dann... Doch, ne? Ja, verdammt. So, einmal wieder zurück. Ähm, mein Zeug hab ich übrigens schon ins Inventar gebracht, also in die, als Jumi das letzte Mal abgestürzt ist. Ähm. So, was? Äh, Clear Flat Area? Ach so, das ist wieder dieses... So'n Ding hier platt machen, ne? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh. Oh, mach mir mal so'n bisschen platt. Boah, ich geh wieder so'n Dungeon hin, so'n Bunker, Atombunker. Man kann ja nie wissen, was einem hier auf den Kopf fällt. Ah, Sand gleich auch noch ein bisschen holen, bevor die Episode zu Ende ist, weil wir brauchen was um den Ofen wieder anzuheizen. Der läuft mit Sand. Der läuft mit Sand. Ach so, ach ja. So, hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Boah, ist dieser Felsen hier riesig. Wo bist du denn? Ja, so hier in der Nähe auch. Ach da, ach da! Da ist er. Da ist er. Ich bin auch mein Fels mit dem Loch drin. Oh Mann, ich krieg's nicht mal hinten, grad die Fundamenten zu setzen. Ich bin so deprimiert. So. Zack. Hier noch ein bisschen. Und dann sieht das auch noch was aus. Ja, Gott sei Dank, die Quest geht alleine ja einfacher, weil da muss ja jeder nur für, also du musst ja alleine nur die Blöcke setzen. So. Ach ja, jetzt muss ich wieder hier fröhlich rumcraften. Ups. So. Wie geht das mal? Cool. Cool. Und dann Crafting. Und dann, was muss ich machen? Don't Steps. Geintrappen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier steht noch ein Schrein. Äh, wo hast du den denn gefunden? Eigentlich hier auch, nur ein paar Meter weg. Oh, okay, gut. Äh. So, das hätten wir auch wieder erledigt. So. Granit, Glowmoss, Shaper und so weiter und so fort. Okay. So, das hätten wir auch wieder erledigt. Ah, das heißt jetzt, äh, dann können wir ja hiervon was mitnehmen vom Fundament. War Keramik Sand oder Sandstein? Ähm, ich glaub Sandstein, oder? Ich muss sagen, ich weiß es gerade nicht. Ach, ich brauch halt Glowmoss und ich kann nicht. Wo ist denn hier ein bisschen Glühsteinchen? Mal gucken. Das geht eigentlich da an dem Berg, wo ich war, den, den ich abgebaut hab, wo du mich gesehen hast, da kannst du runtergehen. Ah, okay. Mhm. So, klauen wir nochmal kurz im Schaf seine Wolle. Die sind ja immer so bereitwillig. So. Okay. Es geht voran. Die Kiste hattest du schon gefunden wieder, ne? Äh, ja, drei Stück. Ich weiß ja nicht, ob es mehr gibt. Ich hatte so bis jetzt immer im Schnitt drei gefunden. In der Wüste hatte ich zum Beispiel noch keine. Und in dem grünen Wald, also in dem dichteren Wald hatte ich noch keine, äh, keinen Schrein gefunden. Wo ist mein Shaper hin? Ach da, okay. So. Zack. Jetzt musst du auch gleich, äh, Keramik machen. Das ist ganz praktisch. Dann kannst du nämlich sagen, was man dafür braucht. Ach ja, trifft sich gut. Ähm. Wo findet man nochmal den Eisenkram? Auch irgendwo hier unten, ne? Auch unten, ja. Der ist rot. Irgendwo. Ach, der Kram. Ach, ja. Bin ich gerade zufällig umgeben von. Ne, ist Dreck. Na, schade. Ja, so ein leichtes Rot. Ach ja, dieses komische Rosarot. Irgendwie sowas, ne? Mal gucken. Das habe ich hier irgendwo was gesehen. Gott, hier sieht das schon wieder aus. Ne, hier war ich eben drin. Da hinten habe ich was gesehen. Hm. Gucken wir mal hier jetzt einfach so rein. So. So, und dann hoffen wir, dass wir nächstes Mal wieder in der Wohnwelt spielen können, weil wir haben ja jetzt sogar halt schon alle Sachen, die wir für ein richtiges Haus brauchen. Bis auf jetzt die Sachen, die du wieder verloren hattest, ähm, das ist halt... Muss man irgendwie schon mal was auf Vorrat bauen und in den Kisten packen, oder so? Immer mit dem schlimmsten Rechne. Vor allem, wenn man mit mir unterwegs ist. Das müsstest du doch mittlerweile eigentlich wissen. Du warst jetzt noch nicht bei der Keramik-Sache, ne? Ne, ich suche nach einer Reisen. Ich buddel mich hier so ein bisschen durch. Keramik braucht... Dirt. Dirt braucht man dafür nur. Achso. Ja, den habe ich vorhin... Habe ich hier ein bisschen was. Ist ja auch nicht allzu schwer zu finden. What? Wie importe ich mich ganz zurück? Welche Taste? Steuerung R. Ich habe das Gefühl, ich werde hier nicht finden. Das war eine scheiß Idee. Ah, mal gucken. Da taucht plötzlich so ein Darlucat hier auf. Das gibt's doch nicht. Ausdachdreck, oder? Ich bin gerade dabei. Ja, jetzt habe ich mir gerade einmal durchgebuddelt und finde hier an der Seite, die wieder offen ist, finde ich dann Eisen. Super. Was? Du brauchst noch Eisen, oder was? Ja, ja. Habe ich jetzt aber gefunden. Aber ich hätte mich gar nicht hier ganz durchbuddeln müssen. Ach, schon gefunden. Okay. Äh, Glow Moss. Das war bei dir irgendwo, ne? Bei diesem großen Felsen da hinten. Jupp. Da geht's auf jeden Fall auch in eine Höhle rein. Da habe ich ein Glow Moss gefunden. Da liegt schon wieder der ganze Kram rum, den er wieder hier hat liegen lassen. Ich habe nichts an ihm lassen. Ja, 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 ja. So, das müsste genug Dirt sein. Ich habe hier so einen schönen Tunnel gebaut. Super. Und ich speicher jetzt eben. So, Stove. Ich werde jetzt die Insel wechseln. Da haut er wieder ab. Lässt mich alleine. Ja, jetzt müssen wir ja so hin und her wechseln. Funktioniert ja nie anders. Lässt du mich eiskalt alleine? Ja. Ja, ja, mach du mal. Ich mache hier mal meine Quests. Ich komme ja bei dir nicht rauf. So, das hätten wir auch wieder. Das Haus endlich schön wäre. Ja, ja. Ich fand das vorher auch schon sehr schön, als ich da das ein bisschen größer gemacht habe. Absichtlich. Ich sehe meine Blumen da eigentlich noch. Die ich da Klammern nicht hingestellt habe. Ja, voll schön. Siehst du? Sieht doch voll schön. Sieht das nicht ganz so böse aus. So, hier mal Gras rein. Und jetzt hier Dreck rein. Nee, so. Nee. Nein. Verdammt. Da muss das Gras rein. Und da muss der Dreck rein. So. Wir gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn ich dann das nächste Mal da hinkomme und du da wieder irgendwas hingebaut hast, was da gar nicht hingehört. Nee, so bauen mäßig mache ich ja nichts. Ich mache ja alles sehr praktisch. Dann ist ja gut. Und bauen ist nichts Praktisches. Ja, ich bearbeite ja nur Holz und alles Mögliche. Holz. Holz. Und Shapers Wolle und Gras. Wie sollte ich... Ach, oh, 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 verdammt. Ja, okay, reicht schon. Kann man irgendwie sein Gras wieder aus dem Ofen rausholen eigentlich? Ja, nein. Man merkt das schon. Na, schade. Man kann brennendes Gras nicht aufs dem Ofen nehmen. Hm. Ja, hier, äh, Kraften muss ja raus. Aber hast du jetzt zu viel Gras sozusagen da reingekippt? Ja, ich hab's einfach mal da reingekippt. Kann ja nicht schaden, ne? So, das hätten wir auch alle nichts. Ceramic Blades. So, ich könnte ja mal kurz zwischendurch gucken, was ich hier so lerne. Oh, okay. Was hast du bekommen? Highborn Column Cap. Äh, was sag ich noch so? Highborn Stuhl. Chest. Glass. Arch. Pot. Super. Und Torch. So, Shape 50 Marble. Mhm. Wo soll die hin? Da. So, und jetzt? Ähm. Mhm. Marble, Marble, Marble. So, okay. Und jetzt wieder warten und in die Welt gucken und die kleinen Schafe bewundern. Was treibst du so? Ich bin gerade unglaublich professionell unterwegs. Ich weiß nicht, wie man, ähm, Sachen teilt. Also kannst, ähm... Ich hab 200 Steine, will aber nur 100 Steine abgeben. Ähm. Also zu mir hast du mal gesagt, Steuerung draufdrücken im Inventar und dann kannst du splitten. Wie es ja in was so schön heißt. Shift gedrückt halten und linke Maustaste drücken. Ich muss nämlich gerade 100 mal drücken, das kann aber nicht die Lösung sein. Also bei Steuerung teilt erst durch zwei. Hast du's gemerkt gerade? Gebraucht mehr Gras. Nee, das geht im Inventar nicht. Ja, bei mir funktioniert das. Ja, im Inventar hat's jetzt nicht gemacht. Also als das irgendwo drinne war. Wo? Oh. Jetzt ist der eine Ofen mit... Ach so, 10 Gras muss der Ofen... Der braucht ja total wenig, um, ähm, anzuheizen. So ein Ofen. Sobald du sagst, kannst du das Gras wieder aus dem Ofen rausnehmen. Du packst ja nur 10 rein. Oh, tatsache. Ich dachte, ich hätte alles reingetan. Das ist ja gut, sonst hätte ich jetzt... Du passt ja überhaupt nix rein, ey. Ja, das ist ja auch gut, sehr energiesparend. Guck dich doch mal um. Wir sind in einer friedlichen, öko-freundlichen Welt. So gehört sich das. Aus dem Keller. Mei, wie wird denn das gebraucht denn hier? So, das ist jetzt einfach nur der Keller. Und dann kommt hier das Highborn-Haus drauf, so ungefähr. Ja. Das Highborn-Haus. Ach so, jetzt ist es doch wieder nur der Keller, ne? Damit den keiner sieht. Nee, ich habe ja auch besseres Material. Bauen wir das Fundament hier wieder ab. Das kann man bestimmt noch irgendwann wieder gebrauchen. Oh man, das sieht aus hier. Überall irgendwelche Ecken. Der Stein hier ist noch nicht ganz abgebaut. Oh man. Nein, dann baue ich mal den Stein fertig ab, dann sieht der nicht ganz so blöd aus. Was veranstaltest du da schon wieder? Das ist meine Insel, ich darf hier machen, was ich will. Das ist Material 2. Ja. Die darf so blöd aussehen. Außerdem, du hast den Felsen ja nicht fertig abgebaut, dann muss ich das jetzt machen. Und der Shaper ist eh gerade noch beschäftigt, ich muss mich ja irgendwie ablenken. Nein. Oh Gott, das dauert länger als ich gedacht hätte. Das ist ja ein Prozess. Was machst du denn? Aber das ja den Marble verarbeiten können. Ach das wieder, ah ja. Das ist ja, wenn du ein bisschen wartest, dann wächst hier irgendwann wieder Moos auf dem Felsen. Also auch im Felsen, wenn du hier so ein Loch durchgebuddelt hast, wie ich gerade. Auch schön. Oh, hier so ein Bett und dann hier so der Briefkasten und dann da so die Tür. So, beim nächsten Mal werdet ihr dann wahrscheinlich aber erst sehen, was aus diesem Marble geworden ist. Ich lasse das jetzt natürlich erstmal komplett durchlaufen. Da fahren wir dann Marble Bricks. Und ja, Keramik haben wir jetzt auch wieder genug. Das heißt also den Ofel anzuheizen ist ja überhaupt kein Problem. Und ich würde trotzdem sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich wieder auf dem anderen Server. Ja und dann liegt es aber auch daran, ob das Spiel bis dahin auch gepatcht wurde. Also bis es funktioniert. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Tschüss. gger Hen wreckieren. Schatzieren, Schatzieren. Sch sembieren. Tun einen did.